Der Goldene Stand präsentiert die nächste Runde Comic Short Quiz. Welche Manga-Figur suchen wir? Sie wurde von Akira Toriyama erfunden. Sie ist technisch begabt. Sie ist die erste Frau, die Son Goku traf. Ihr Vater ist ein bekannter Wissenschaftler. Sie will doch nur einen heißen Freund. Richtig, wir suchen Bulma. Wie viele Hinweise hast du gebraucht? Schreib es in die Kommentare und sei mit einem Abo bei der nächsten Runde dabei.